Es ist lange her Junge, dass du es bis in das Innere meiner Festung geschafft hast, nötigst mir durchaus Respekt ab. Jedenfalls ist dein Mut beachtlich, oder sollte ich vielmehr sagen, deine Torheit? Gestatte mir, mich vorzustellen. Mein Name ist Gennendorf. Ich bin der Burgherr dieser sogenannten verwunschenen Bastion. Lass mich dir eine Frage stellen, Junge. Als du dieses Schwert aus dem Stein gezogen hast, haben sich da all die Kreaturen, die vorher gänzlich erstarrt waren, wieder angefangen zu bewegen? Bist du in der Lage, eins und eins zusammen zu zählen und verstehst du, was das zu bedeuten hat? Diesem Schwert wohnt die Stärke inne, das Böse von Anlitz der Welt zu verbannen. Und das nicht nur im Sinne, dass es im Kampf dämonische Gegner bezwingt. Nein, dies ist vielmehr sogar noch ganz und gar wörtlich zu verstehen. Nein, es ist das Bannsiegel, mit dem wir Dämonen gebannt und eingesperrt werden können. Und du, mein Junge, hast eben jenes Bannsiegel gebrochen und uns so wieder die Freiheit geschenkt. Au! Mit diesem Schwert, dem das Licht fehlt, das Böse zu verbannen, kannst du mich niemals bezwingen. Ich schicke dich ins Jenseits, damit du es mit dem Schmied dieses Schwertes ausrichten kannst. Der Trumpf sticht nicht mehr. Torax, so schnell! Hey! Hey! Lass los! Lass mich los! Du kleine, schmutzige Ratte! Ah! Mein Triforst hat Kraft! Reagiert auf sie! Hab ich dich endlich gefunden, Prinzessin Zelda! Wer ist bitte Zelda? Wovon redest du denn da? Gib mir... Gib dir gar nicht erst die Mühe, dich so dumm anzustellen... Äh, dich so dumm anzustellen. Wenn du nicht Zelda bist, warum sollte mein Triforst dann... ...und wieder steigen dir... ...und wieder steigen dir... Ohhhhhhh! Na, sieh an, da hat der eine ja seine Flügel gekriegt. Und Ganondorf ist, glaube ich, erstmal beiseite. Keine Sorge, Thuraxo. Sie ist hier nur bewusstlos. Und deiner Schwester geht es auch gut. Sie konnte zusammen mit dem Piraten heil von dieser Insel fliehen. Großer Walu, ihr habt sie vor dem Tod bewahrt. Ich spreche euch meinen tiefsten Dank aus. Dessen bin ich mir bewusst. Unsere oberste Sorge muss es jetzt aber sein, diese beiden so weit wie möglich von Ganondorf wegzubringen. Wie kann das Ding überhaupt fliegen, ey? Was ist das Ding? Thuraxo, die Details. Reden wir später. Jetzt müssen wir erstmal erneut in die Welt unterhalb des Meeres. Aua! Thuraxo, bist du in Ordnung? Wo sind wir hier eigentlich? Moment mal. Was ist aus diesem Kerl geworden namens Ganondorf? Hey! Thuraxo, warum zögerst du? Komm schnell in den Raum, in dem du das Masterschwert gefunden hast. Da ist es jemandem möglich, meinen Stein zu benutzen? Sag mir, wer bist du? Dieser Stein ist nur für Thuraxo und mich, damit wir in Kontakt treten können. Niemand hat dir erlaubt, ihn einfach so zu benutzen. Der Name ist Tetra, nicht wahr? Komm zusammen mit Thuraxo zu mir. Gute Idee! Dann kann ich gleich mal ein ernstes Wörtchen mit dir wechseln. Mach dich schon mal auf was gefasst, ey. Ihr Blick schon da drauf. Thuraxo, du verschwendest unsere Zeit. Bring mich sofort zu dem Raum, wo sich dieser Kerl auffällt. No problemo. Wo sind wir denn hier? Achso! Ich finde es schon sehr geil, dass sie uns jetzt folgt. Ich finde es leider ein bisschen zu schade, dass es ein bisschen zu kurz ist, ne? Dass sie uns ein bisschen folgt, dass Tetra auch mal ein bisschen bei uns ist. Na komm, Tetra! Ups! Was war das? Achso. Wir gehen jetzt erstmal weiter. So. Ja. Das Ding ist wieder frei. Das heißt, wir können da wohl jetzt rein. Gehen wir mal hier rein. So. Du warst es also? Du hast es gewagt, meine Steine ohne Erlaubnis zu benutzen? Diesen Stein habe ich aus Gossip Stein schleifen lassen, der seit jeher innerhalb der Königsfamilie von Hyrule vererbt wurde. Du hast ihn einfach... Du hast ihn machen lassen? Oskos Siebstein? Der Königsfamilie von Hyrule? Ich verstehe kein Wort von dem, was du sagst. Ihr habt sie doch bestimmt schon einmal gehört, oder? Die Legende vom Helden, in welcher vom Königreich die Rede ist. In dem die Kräfte der Götter ruhen. Und genau jenes Königreich, das ist jener Ort, an dem ihr euch jetzt gerade befindet. Das hier ist Hyrule. Und ich bin der König dieses Landes. Dabnos Johansson von Hyrule. Thoraxo, kommt dir meine Stimme mir denn nicht bekannt vor? Ja, ich war es, der dich hierher geführt hat. Der Leuenkönig. Wärst du mit Hilfe des Masterschwertes in der Lage gewesen, Gannon zu bezwingen, hätte ich mich dir nicht offenbaren müssen. Aber nun... Doch wie dem auch sei, ihr beiden müsst mir erstmal gut zuhören. Vor langer Zeit hat der gierige Gannon, der sich nach den Kräften der Götter verzerrte, dieses Land Hyrule in ein Reich der Finsternis verwandelt. Meine Kraft reichte nicht aus, ihm Einheit zu gebieten, und so konnte ich nur mit Beten und dieses Land seinem Schicksal überlassen. Die Götter erhörten mein Flehen und schickten eine Sintflut, die Gannon mitsamt Hyrule auf den Grund des Meeres verbannte. Doch verbannt man ein ganzes Volk eines Landes, dann ist es gewissermaßen so, als hätte man es ausgelöscht. Deswegen haben die Götter, bevor sie das Bannsiegel erschufen, Nachfahren auserwählt, um ihnen aufgetragen, in die hohen Gebirge zu fliehen und dort eine neue Zivilisation zu gründen. Diese Nachfahren waren eure Vorfahren. Seitdem sind viele Jahrhunderte vergangen. Und wäre Gannon nicht wieder auferstanden, dann wäre auch die Hyrule niemals aus seinem ewigen Schlaf erwacht. Tetra tritt vor mich. Dieser Halsschmuck, den du da trägst, ist das Triforst der Weisheit und seit je überlieferter heiliger Familienschatz des Könighauses. Deine Mutter hat ihn dir mit der Bitte überreicht, stets gut auf ihn aufzupassen. Oder täusche ich mich da etwa? Dieses Triforst, selbst sind Teil der Kräfte der Götter, die wir so sehr von Gennendorf zu bewahren versucht haben. Die Götter haben es deinen Vorfahren anvertraut und ihnen aufgetragen, es vor der Macht des Bösen zu verteidigen. Und du musst diesem Kodex aus alten Tagen entsprechend aufwachsen. Lass mich dir offenbaren, warum. Vielen Dank. Überraschung. Unglaublich. Unglaublich. Ich? In deinen Adern fließt das Blut der Königsfamilie von Hyrule. Du bist die legitime Thronerbin dieses Landes. Du bist Prinzessin Zelda. Zelda? Ich bin eine Prinzessin? Deine Verwirrung ist nur allzu verständlich. Toraxo, ich bin untröstlich, dich in all dies mit hineingezogen zu haben. Aber jetzt, wo er weiß, dass Tetra in Wirklichkeit Zelda ist, wird Ganon alles daran setzen, sie zu finden, um sich der Kräfte der Götter zu bemächtigen. Wenn es erst so weit kommt, ist nicht nur Hyrule verdammt, sondern auch deine Welt wird für immer in die Finsternis gestürzt. Tyraxo, bitte hilf mir noch einmal. Ich hege einen starken Verdacht, was der Grund für die Schwächung des Masterschwertes sein könnte. Bitte kehre mit mir auf die Welt oberhalb des Meeres zurück und verhilf dem Masterschwert wieder zu seiner alten Stärke das Böse zu verbannen. Zelda, es wäre zu gefährlich für dich, dich unserer Sache anzuschließen. Glücklicherweise weiß Ganondorf noch nicht von diesem Ort. Bitte, verweile hier und erwarte unsere Rückkehr. Er hat sich aufgelöst. Toraxo, brechen wir auf. Das ist ja eine komische Fortbewegung. Toraxo. Ich bin leider nicht so gut mit Worten, aber... Es war meine Schuld, dass du uns... äh, du und Ariel so viel Leid erdulden musstest. Verzeih mir bitte. Okay, und schütt. Tschüss. Toraxo. Bitte pass auf dich auf. Tja, jetzt wissen wir, wer der Läuernkönig in Wirklichkeit ist. Der alte Herrscher von Hyrule. Dieses Geheimnis wurde jetzt auch gelüftet. Ja. Toraxo, lausche aufmerksam meine Worte. Dass das Master Schwert die Stärke verloren hat, das Böse zu verbannen, kann nur eins bedeuten. Den Weisen, die als Medium zu den Göttern fungierten und deren Kraft das Schwert speist, muss irgendetwas zugestoßen sein. Die beiden Weisen befinden sich im Zepir-Tempel im Norden und im Thera-Tempel im Süden Hyrule, wo sich jeweils den Göttern ihre Gebete darbringen. Du musst diese beiden Tempel aufsuchen, herausfinden, was den Weisen zugestoßen ist und dem Schwert wieder seine alte Stärke zurückgeben. Das Böse zu verbannen. Leider verhindert der Bannkreis, den Ganondorf hier in Hyrule errichtet hat, dass du die Tempel von hier aus aufsuchen kannst. Allerdings gibt es je einen weiteren Eingang zu den Tempeln und zwar hoch oben in den Bergen. Und diese Berggifel sind nun oberhalb des Meeres zu Inseln geworden. Die beiden Orte habe ich dir wie üblich auf deiner Seekarte eingezeichnet. Also dann, wenn wir hier noch länger verweilen, erfährt der Feind noch von seiner Existenz. Lass uns unverzüglich auf die Oberwelt zurückkehren. Okay. Puh, ja dann gehen wir sofort auf die Oberwelt. Wer hätte eigentlich gedacht, dass Tetra Zelda ist? Das war auch die Überraschung des Tages. Und gut, ich sage, verabschiede mich jetzt für heute, aber warte mal. Turaxo, kennst du die Legende vom Helden der Zeit? Vor langer Zeit bezwang er den schrecklichen Ganon und brachte Hyrule wieder Frieden. Und genau wie in Zelda ruhte auch in ihm ein Teil des Triforce. Sein Triforce war das Triforce des Mutes. Als jener Held wieder durch die Zeit reiste und so Hyrule zurückließ, verließ auch das Triforce den Helden, zerbrach in acht Splitter und verstreute sich in alle Welt. Leider kann auch ich dir nicht sagen, wo du diese Splitter finden kannst. Aber ich bin mir sicher, sie ruhen irgendwo in diesem großen, weiten Meer. Das Triforce des Mutes ist der Schlüssel, um den Eingang nach Hyrule neu zu öffnen. Du musst es unbedingt finden. Ja, aber das wären wir jetzt im nächsten Teil. Ich sag tschüss und bis zum nächsten Mal. Es hat sehr viel Spaß gemacht, dass ihr dabei wart. Und ich sag tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.